Liebe Mutti, lieber Vati, diesmal haben wir wirklich viel gesehen. Guggenheim Metropolitan Modern Art Frick Collection. In Europa muss großer Ausverkauf gewesen sein. Es ist nicht zu fassen, was hier für europäische Schätze hingen. Schon allein deshalb müsst ihr uns besuchen kommen. Walter hat die Möglichkeit ein halbes Jahr oder länger am Rockefeller Center zu arbeiten. Wir werden also wahrscheinlich das zweite Jahr in New York verbringen. Herzliche Grüße von eurer Heide und Walter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017